ja hallo leute und willkommen zu einem neuen video von mir ich musste da eben gerade noch mal einen kleinen zug aus meiner shisha nehmen natürlich und ja heute ist ziemlich schönes wetter und da dachte ich mir ich mache mal ein video darüber welches wetter ich am besten finde beziehungsweise welche jahreszeit und da würde mich natürlich auch eure meinung interessieren erst mal einen schluck nehmen ich glaube da ist meine stimme auch ein bisschen besser und ja und zwar würde mich interessieren welches eure lieblingsjahreszeit ist jetzt gerade haben wir ja frühling und ist so der übergang sozusagen zum sommer ich finde es sind aber noch deutlich eher frühlingshafte temperaturen besonders nachts das unterscheidet ja noch mal krass vom sommer weil ich finde also jetzt um schon mal vorher zu sagen welches mein lieblingsjahreszeit ist und zwar der frühling und der herbst und ich erkläre auch warum und zwar ist das für mich ganz einfach ich muss sagen ich mag das deutsche klima an sich sehr aber mir ist es persönlich manchmal ein bisschen zu heiß also wenn es wirklich kalt ist auch so minus zehn grad oder so dann denke ich mir immer ja man kann ja einfach drinnen bleiben die heizung ein bisschen aufdrehen dann sind ja keine minus zehn grad und selbst wenn man raus geht dann zieht man sich einfach was dickes an und dann ist einen auch nicht unbedingt kalt aber im sommer da ist das problem wenn es zum beispiel 30 35 grad sind irgendwann ist es so warm du kannst nicht mehr ausziehen als du schon ausgezogen hast dann müsstest du deine haut irgendwann ausziehen oder so damit es vielleicht noch eine möglichkeit gibt dass es ein bisschen kühler wird was glaube ich auch nicht mal funktionieren würde aber zumindest frühling und herbst finde ich deswegen am geilsten weil die temperaturen finde ich einfach am besten sind zwar immer so um die 15 bis 20 grad ich finde das super angenehm also wenn zu 20 grad sind auch schon bei 15 grad kann ich eigentlich easy so in kurzer hose und t-shirt rumlaufen zu temperaturen von 20 grad wenn ich da in der sonne bin da fange ich dann auch eiskalt sofort an zu schwitzen da denke ich mir so gar nicht mal so nice und ja deswegen frühling und herbst einfach beste und das geile ist noch in der nacht ist es auch ziemlich kalt das finde ich zum beispiel auch sehr belastend am sommer da sind es dann mal tagsüber 30 grad und dann sind es nachts immer noch 20 grad und ich kann persönlich nicht so gut schlafen wenn es so warm ist ich schlafe auch im winter immer mit offenen fenstern einfach völlig ich mag das wenn es kalt ist wer sich auch so ein bisschen mit dem rest des legs und rum auskennt was ich ja habe das ist auch sehr abhängig von temperaturen und umso wärmer die temperaturen sind umso stärker ist auch die krankheit und deswegen kann ich im winter mal deutlich deutlich besser schlafen oder muss halt im sommer irgendwie mit ventilator schlafen oder ich bin schon am überlegen ob ich meine klimaanlage hole damit ich viel viel besser pennen kann aber ja das ist so das was mich am meisten eigentlich im sommer stört dass man nachts also ich zumindest deutlich schlechter pennen kann es gibt bestimmt einige für die ist das überhaupt kein problem aber für mich ja ist einfach nur stressig das ist so der vorteil vom winter aber ich muss ehrlich sagen ich bin halt einfach mensch der gerne draußen ist der gerne spazieren geht das ist im winter zwar nice aber so auf dauer ist mir das irgendwie zu trist und öde weil ich auch sonne nicht unbedingt schlecht finde und deswegen so frühling herbst 20 grad so nachts trotzdem noch kühl das ist so das perfekte wetter für mich und ja ihr könnt mal gerne eure meinung in die kommentare schreiben und was eurer meinung auch nach das perfekte wetter ist das würde mich interessieren ja das daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat ihr könnt auch gerne neue themen vorschläge für nächste videos in die kommentare schreiben das ist auch immer wichtig weil ich will ja auch die videos so ein bisschen in eure richtung gestalten also haut irgendein thema was euch interessiert oder wozu euch meine meinung interessiert in die kommentare und dann werde ich dazu auf jeden fall ein video machen und ja ich wünsche euch noch einen schönen abend und bis zum nächsten video ciao